halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu greedfall so gespeichert ist wir werden jetzt ohne momento ich habe hier was ich habe noch ein ich nehme die kraft wieder und los geht's wir sollen nicht zurückblicken denn wenn wir zurückblicken dann sollen wir die wächter wecken dann laufen wir einfach mal durch irgendeinen wächter wecken möchte ich natürlich jetzt nicht trotzdem versuche ich mich natürlich umzugucken aber man sieht schon dass man den vulkan näher kommt ein großer baum mitten in der laba ok bin ich mal gespannt macht sinn wenn man handschuhe trägt und so the child that was taken has returned the flesh of my earth you by simply coming into being aftangled the streams of destiny of all the other children i am he they call enon milfrigdemen i have followed each of your steps since your arrival i hail you enon milfrigdemen i have come to you to find a remedy a cure for the disease of a distant land her affliction was to be poisoned by her own children her veins rot in stagnant water her earth now bears poison fruit and her children wither and die and still it is those same children who can heal the lands and with them heal themselves if they only be wanted truly they could be told by my children learn to give back in return learn to heal but for that i must survive i have seen by your side the shadow grow taking form and that strength has driven him mad because it is not made to be taken fed by the venom of intrigues from faraway lands he spreads it today in my sap to save his own life he stole my strength and that strength has driven him mad because it is not made to be taken he draws each day a little more from me and threatens us all his hunger has no limit i don't understand who are you talking about the one you call constantin you must stop him or there will be no cure anymore for anything or anyone that's that's impossible how could that be you must leave now someone has followed your footsteps someone has entered here without invitation I just said mommy I was and I'll talk to you I'm sorry I'll talk about that oh I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Wow. Konstantin, das Ritual. Ich wusste, dass da irgendwas faul ist an diesem scheiß Ritual. Weil Konstantin ja jetzt genauso aussieht wie einer von denen und das ist eigentlich unmöglich. Oh Gott. 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 Und dann werden wir wohl nach dem Glück. konstantin suchen konstantinopel hat eigentlich jetzt irgendjemand hier was zu sagen karantz du jenig sanding amas levi sie leidt mit der romanze das können wir wohl vergessen ich glaube da kommt nichts mehr bei mir definitiv nicht ich krieg das einfach nicht mehr gebacken konstantin butter bei den fischen mein fair cousin i'm so glad to see you you're right on time we have visitors and your advice would be most welcome let me introduce you to the emissaries of the bridge alliance and teleme seeing them both in the same room is rather surprising isn't it but please your excellencies explain to us what brought you here sire i have come to humbly request your help we have been sustaining terrible attacks really are the natives behind this again unless it is those traitors of the guard we aren't sure but it is almost certain that the natives are involved it fills me with sorrow however the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt to decou and regarding sending my cousin she's already very busy undertaking a mission of the utmost importance without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for her life which is most precious to me no i really don't see how i could be of assistance to you konstantin we cannot remain deaf to the call of our allies i'm sure i can find the time to go and evaluate the situation i would love to accompany you but my people are being wrongfully accused i am certain of it and i want to prove it very well my dear you know i cannot refuse you anything but remember how urgent it is for this antidote to be found we're so close to it now don't worry about it you know how important this mission is to me well this audience is coming to an end your excellencies inform your governors of my cousins arrival i hope that you realize how grateful you should be to her absolutely sire and we thank you both for receiving us may the enlightened always keep you in his divine blessing ich möchte jetzt aber trotzdem mit konstantin reden das kann ich doch trotzdem jetzt tun oder ich tue mal vorsichtshalber speichern weil ich es nicht weiß konstantin my adorable cousin i am always happy to see you what news do you bring i finally managed to enter the sanctuary at the heart of the island and i was able to talk with enon mil frichterman how marvelous tell me about it the sanctuary is heavily protected only a high king can open it i remember you saying that vimbar's death wasn't going to help us how did you fix this problem i had to interfere in the natives elections and earned the trust of the pretender who seemed to be the best choice you really are an outstanding diplomat my father is an old bitter man but he was right about you tell me who did you choose deirdre the queen of the village of vedlu she's quite the radical warrior but she's a strong leader i'm certain that you have made the right choice and then what did you do i was able to enter the sanctuary it was an incredible experience it had to be oh how i envy you entering the most secret places on this island talking to a god what does he look like is he some kind of very old and very powerful donegad no in fact i spoke to an extremely large tree as strange as it may sound fascinating and i thought that gods were always old bearded men did he tell you where the malachor was coming from is it a curse that he cast upon the first settlers no according to him we are responsible for the emergence of the malachor by exploiting the earth so much we have poisoned it and the disease has contaminated us through the water we drink and the plants that we eat strange and yet it seems plausible so there wouldn't be an antidote he says that the earth can be healed that his children know how to do it i suppose he was talking about the donegada he also said that by healing the earth we would heal those who live on it this is a fascinating revelation it won't be easy for our neighbors to accept it however i'm afraid that even my father might receive it with skepticism did he tell you anything else die warnung vor ihm verschweigen oder alles wiedergeben was er gesagt hat alles wiedergeben yes yes something rather disturbing he talked about you he said his existence was in danger because of you really but that doesn't make any sense i never hurt anybody on this island unlike our neighbors i have never abducted or tried to convert islanders i don't think that's what he was referring to cousin please you know me i've made some mistakes but i never threatened anybody the only person who i put in danger is you and you know how sorry i am about that yes i do know forget about it will you this god manifestly wants us to pay for the sins of our fathers and to have his revenge for the invasion by sowing the seeds of discord between us he's probably hoping to weaken us do you realize that you have succeeded where everyone else has failed the whole continent should be thanking you is there anything you would like to tell me no i must take my leave take care and come back soon das hat er jetzt nicht gerade gute ausbeute gemacht gut hätte ich ihm das jetzt nicht verschwiegen hätte ich ihm das jetzt verschwiegen hätte ich ihn vielleicht auf den zahn füllen können ihn beobachten können ich weiß es nicht keine ahnung aber anscheinend ja ich kann mir aber auch nicht vorstellen dass das jetzt vorbei ist trifft dich mit dem guberneur warte mal da wird doch gerade der hier angezeigt dann gehen wir doch da jetzt am besten hin die ist so cool das könnte ich ja ich kann aber keine zwei wieso kann ich beweglich auch beweglichkeit fünf kraft fünf ach da komme ich doch gar nicht mehr zu ich muss mal ist immer noch da Hier hängen überhaupt keine Bilder, außer da. Seeing you is a genuine relief. Your emissary informed us that you were in need of our help. Indeed. She must have told you that we were being attacked. We are sustaining the relentless assaults of furious animals, which some people believe to be sent by the demons of the island. Some people? So you're not certain that's the case? We were mistaken when we thought them responsible for the Malachor. I became more cautious, but no matter where these attacks come from, Our men are becoming exhausted. One of our outposts to the east has sent us a distress message. They won't hold much longer. I beg you, you must go to their aid. Maybe they can help you find out where these beasts come from. I will go there to meet them. I hope to make it in time. I am infinitely grateful, Your Excellency. You have proved your efficiency many times already. I am certain you will put an end to this. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Hmm. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Nein, Außenposten retten. Das ist doch jetzt irgendwie, kommt mir das jetzt so vor, wie so eine Art Zeitschindung. Ähm, weil die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Quest auf Konstantin vorbereiten, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie es weitergeht geschichtlich. Weil ich, es ist, ist die Sache ja jetzt für mich eigentlich geklärt. Außer, dass ich vielleicht mit so einem Donee-Guide, äh, Donee-Guide rechnen, äh, äh, sprechen müsste, was das Thema mit der Erde heilen und so zu bedeuten hat. Oh. Die Tiere dampfen. Die dampfen. Aber da kommt so ein schwarzer Rauch raus. Die Tiere dampfen. Die Tiere dampfen. Sie sind hier verrückt. Sie haben bereits einige von meinen Soldaten getötet. Wir sind hier, um Sie zu helfen. Sie sind die Begründung? Wir beginnen zu verlieren, Hoffnung! Ich muss sagen, dass ich noch mehr Soldaten bekomme, dass jeder Hilfe ist willkommen. Wir sind alle Nacht unterteilen, und wir haben bereits viele Menschen verloren. Und in diesem Fall, wir werden noch eine andere Nacht überleben. Keine Angst. Wir werden alles in unsere Macht tun, um sicherzustellen. Nö, nö. Bis zum Anbruch der Nachbarn. Ich hab hier alles. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Mein Gott, ich komme aber nicht dazu, mal irgendwie zuzuschlagen. Mein Gott, ich habe dich gesehen, wenn du das nicht verletztst. Ich bin ein, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, wie wir das nicht verletzen haben. Ich bin ein, ich gebe dich zu Hause, wenn du das nicht verletztst. Da kommen noch mehr? Da kommen noch mehr? Das war's für heute. Jetzt kommt die nächste Welle wahrscheinlich, ooooh! Tatsache! Geh! Blech! Geh! Das ist ein Rächtnis. Das ist ein Rächtnis, ein Rächtnis. Es gibt noch Magikland, trinkt die Brücke. Ich werde es nicht helfen. 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 Nein! Nein! Fuck you! Fuck you! Ich möchte mal gerne was gucken. Das sind Hauptmissionen, alles klar. Mein Gott, ey! Ich kann gerade gar nichts machen. Mein Gott, ey! Ich kriege gerade hier zu viel. Ich kann gerade gar nichts machen. 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 Ich bin noch ein Soldat im Leben. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Wald der Blitze? Oh, stimmt. Naja gut, ich muss jetzt eh Schluss machen und sage da mal tschüss, bis zum nächsten Mal.